Herzlich Willkommen bei Rembus Restrukturierungsratgeber und unserer kleine Serie Unternehmensfinanzierung. Unternehmensfinanzierung ist eine paradoxe Sache. Auf der einen Seite ist es oft viel leichter, sehr große Beträge zu arrangieren, weil die Kapitalerträge, die Zinsen für einen Geber interessanter sind bei großen Beträgen als bei kleinen. Andererseits sind bei kleineren Beträgen oft die Sicherheiten, die verlangt werden, zu vernachlässigen. Deshalb ist ein sehr interessantes Tool der sogenannte Mikrokredit. Ein Mikrokredit beginnt bei 5.000 Euro und geht in der Regel bis 25.000 Euro. Einen Mikrokredit zu beantragen, geht sehr schnell, denn das Risiko für die potenziellen Geber ist überschaubar. Wenn Sie größere Beträge benötigen, kann es eine Strategie sein, diese in mehrere kleine Tranchen aufzuteilen. Wenn Sie Ihren Wunschbetrag von, sagen wir mal, 100.000 Euro nicht ohne weiteres bekommen, was spricht dagegen, viermal hintereinander 25.000 Euro zu organisieren? Doch auch hier gilt wie immer, der erste Schritt wäre ein Gespräch mit uns, indem wir Sie unverbindlich beraten und Ihnen die Möglichkeiten für Ihren Finanzierungswunsch aufzeigen.